Here we go again, 20 Kisten der Snakebite Case. Ja, wir schauen mal. Ja, wir schauen mal. Ich bin ganz unbefangen und hoffe nur, dass wir in dieser Folge einen Banger ziehen. Das würde ich mir sehr wünschen. Lasst jetzt gerne ein Like für mehr Glück da. Nicht? Okay. Okay. Ich habe eben gerade ja quasi vor zwei Minuten die andere Folge aufgenommen. Und das war eine Katastrophe. Also wirklich ganz, ganz doll bad. Also ab hier unten. Könnt ihr sehen? Ne. Ab hier. Und dann war da nichts mehr. Deswegen ist meine Hoffnung ja dann doch recht stark, dass sich das jetzt bessert. Ich meine auf 40 Kisten gesehen, da können zwei Gloves reinkommen. Gar kein Problem. Okay. Da sehe ich uns. Mr. Gaben. Ruh-duh-duh-duh-duh. Ich mache nochmal so einen. Stadrack. Man muss sich das mal vor Augen führen. Das sind 42 Euro pro Video. Jetzt mache ich das ja tatsächlich so, dass ich jede Folge 20 halt nehme. Vielleicht kommt das nochmal anders und so, aber eher zur Zeit. 42 Euro pro Opening. Und für nix. Ja, für nix. Ich krieg nix. Wie, wie viel willst du mich Scam geben? Ja. Was ist das hier mit der M249, hä? Drei Mal hintereinander die SG und dann, also, in der letzten Folge hatten wir alles voller CZs. Kaufe ich mal so eine Wish-Pakete oder was? Das ist, weil ihr mir kein Glück wünscht, ne? Weil ihr wollt, dass ich halt tausende Kisten brauche. Wenn ihr mir jetzt was anderes mitteilt, dann könnte das wirken. Schreibt mir jetzt mal irgendwas so Nettes in die Kommentare, bitte. Ja? Ich brauche diese positive Energie. Das hilft. Siehste? Siehste? Ich dachte, das hilft. Und wenn wir es noch mehr machen, dann, das ist wie die Genki-Dama, ja? Da sammeln wir die ganze positive Energie. Oha! Der Bait, aber Back-to-Back-Purple. Das funktioniert gut. Die netten Kommentare sind's. Okay, irgendjemand hat wieder einen bösen Kommentar geschrieben. Und leider wiegen die mehr, als die positiven. Das ist mathematisch gesehen auch übrigens belegt. Jetzt seid ihr wieder witzig, ne? Ja, ich troll mal rein und so. Es ist aber nicht witzig. Es tut einfach nur weh. Okay, come on. Vorletzte Case für die heutige Folge von der Snakebite Case. Okay, schon wieder eine M249. Eine Negev. Huh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass gerne ein Like da. Und abonniere den Kanal, wenn du das noch nicht getan hast. Ja, und damit beenden wir das Ding. Guck dir's mal an. Ich kriege eins zu viel hier. Also, das, ich, oh, puh, hui, ja. Das ist ekelhaft. Absolut.